Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon, wir sind in der neuen Season. Season... äh nee, Warte, Chapter 4, Season 5 ist es mittlerweile. Wir sind back in der OG Season. Ich hab damals nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber ich freu mich auf jeden Fall sehr, sehr doll und ich hab auch schon sehr, sehr vieles gesehen. Und wir sind jetzt hier grad noch in der Warteschlange für drei Minuten. Und dann geht's gleich ab, ne? Ws. Wo ich gerade hier auch im Tab bin, dann folgen wir doch alle gerne nochmal auf YouTube. Keine Werbung. Einfach nur so gesagt. Äh, ja. Wir gucken uns erstmal den ganzen Battle Pass an. Ja, ich wollte grad Schopps sagen, aber Battle Pass gucken wir jetzt an. Wir gucken uns alle Sachen an, die neu sind. Und dann kommen ein paar Freunde von mir online und wir gehen mit denen in ein paar Runden rein. Acht Sekunden. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Let's go, bitte. Oh mein Gott. Ja! Wir sind drinnen. Wir sind tatsächlich hier drinnen. Das ist doch krass. Wir sind tatsächlich drinnen. Dann gucken wir uns direkt den... Ja, wir gucken uns direkt einfach die Trailer an, ne? Ich hab schon ein bisschen was gesehen, aber nicht allzu viel. Okay. Oh mein Gott. Let's go. OG ist wieder weg. Das sieht crazy aus. Oh mein Gott. Das wird ne geile Season, sag's ich euch jetzt schon. OG Pass heißt der wirklich. Einfach ne Banane. Ne Nachmache von, ähm... Black Knight. Also ist crazy. OG Pass heißt der jetzt. Der heißt tatsächlich nicht mehr Battle Pass, sondern OG Pass. Und guckt euch den Item Shop an. Guckt euch diesen Item Shop an. Das ist ja geisteskrank. Zu ganz vielen OG Skins. Rote Ritterin. Ninja OG Pack. Das ist krass. Und das ist nur das. Man hat einfach nicht mehr Skins im Item Shop. OG Pass ansehen. 950 V-Works. Ja, dann gehen wir dann direkt mal durch, würde ich sagen. Aber wir warten. Hier noch einmal kurz. Die Webcam schiebe ich einmal kurz rüber. Dann gehen wir kurz auf Spiel. Oh nein. Der Re-OG. Abspielen und in die Vergangenheit reisen. Wir rüsten das ganz normal aus. Und dann haben wir noch ein Banner-Symbol bekommen, ne? Und es ist wirklich... Hört ihr das? Es ist wie in der OG Season. Es ist geisteskrank. Und der Background ist einfach nichts. Wie damals, wie damals. Ich kann es... Also, es kommt jetzt so rüber, als wüsste ich, was damals abging. Weiß ich auch irgendwie, weil ich halt so YouTube-Videos gesehen habe. Aber richtig... Also, ich habe da halt damals nicht gespielt. So, dann gucken wir uns den Bad Pass an. Der sieht schon mal geisteskrank aus, der Skin. Kommen wir zum ersten Skin. Und das ist tatsächlich der Black Knight, ne? Das ist geisteskrank. Der ist ultra nice. Man kriegt so ein Backblink. Mit einem Banner kann man da drauf machen. Sehr, sehr geil. Wir gucken uns einfach nur die nice Sachen an. Also, die, die uns interessieren. Der Pickaxe, auch sehr, sehr geil. Und ein Emote. Ja, ist jetzt nicht krass, aber... Und es gibt tatsächlich nur sieben Seiten, Leute. Guckt euch das da unten an. Sieben Seiten gibt es nur. Oh mein Gott. Guckt euch diesen Banner an. Also, diesen Battle Pass, den brauche ich einfach. Guckt euch das an. Wir kriegen ein Banner. Äh, nee, nicht Banner. Ladebildschirm. Ein Emote. Ultra geile Pickaxes. Also, diese Season wird ein Kracher. Sag ich euch ehrlich. Diese Season wird ein Kracher. Tausend wie... Äh, tausend? 100 V-Bucks. Ja, 100 V-Bucks. Ein ultra nicees Backblink von einer Banane. Für... Oh mein Gott. Und diesen Hängegleiter. Den wollte ich mir mal in einer anderen Variante holen. Aber wenn er jetzt in... Alter, der ist krass. Und der Bananenskin. Oh mein Gott. Einfach eine eiserne Banane. Es ist crazy. Es ist crazy. Mehr kann man dazu nicht sagen. Dann hier in der grünen Variante. In der grünen Variante. Ein Hängegleiter auch in der grünen Variante. Dann haben wir hier das Eis. So ein Eis-Kondensstreifen. Und eine grüne... Also, die ist ultra nice. Wie ist diese Banane? Das ist krass. Muss man einfach sagen. Das ist... Das ist geisteskrank. Wirklich. Hier ein geiler... Noch ein nicer Hängegleiter. Der ist ultra nice auch. Dann haben wir hier nochmal 100 V-Bucks. Ein... Der ist auch geil. Also, ich muss sagen. Alle Skins, die im Battle Wars sind, sind ultra nice. Es ist einfach kein Skin dabei, der nervt. Oder der so übelst überflüssig ist. Es ist krass. Auch nochmal der Hängegleiter. 100 V-Bucks. Okay. Ein Ganon-Emote. Und die Pickaxe wird krass. Und die verändert einfach ihre Farbe. Also, das ist sowas von crazy. Und der ist auch nochmal ultra geil, der Skin. Dann kommen wir zu den fast letzten. Dann haben wir hier... So ein... Der ist auch geil, der Emote. Ein Backbling. 100 V-Bucks. Und Ragnarök ist das, glaube ich. Eine Nachmache. Auch... Ja, den feiere ich jetzt nicht so ultra krass. Aber es ist halt auch nicht so ein Skin, wo man sagt... Ja, den braucht man nicht unbedingt. Also, ich würde ihn mir auch auf jeden Fall holen. Und dann noch... Der ist auch geil, der Hängegleiter. Sag ich euch ehrlich. 100 V-Bucks. Und... Die volle Variante. Sehr, sehr nice. Dann kommen wir jetzt zu den Bonus... Bonus... Bonusaufträgen. Okay. Gehen wir einfach noch schneller durch. 100 V-Bucks. Man bekommt sehr, sehr viele V-Bucks. Dann haben wir hier eine Pickaxe. Die finde ich sehr, sehr geil, die Variante. Und hier wissen wir es tatsächlich noch gar nicht. Dann... Speck... 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 Ritterin. Das ist... Oh mein Gott. Man kann ultra viele Varianten. Alter Schwede. Das ist geisteskrank. Es ist geisteskrank. Ich brauche diesen Battle Pass. Ich brauche ihn. Ich brauche diesen Battle Pass, Chad. Es ist geisteskrank. Guckt euch allein diese Variante an. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Fortnite Crew. Und das war es tatsächlich auch schon mit dem Battle Pass. Finde ich nicht schlimm, weil es ist ultra nice, dieser Battle Pass. Muss ich einfach sagen, der Battle Pass ist geisteskrank. Guckt euch diese Cups an. Amaz OG Geplänkel. Man kann da einfach direkt Geld gewinnen. Das ist geisteskrank. Ja, J-Cups. Ja, J-Cups. 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 Auch so ein Cup. Sehr, sehr crazy. Tatsächlich am Sonntag. Ja, da muss ich... Da muss ich mitmachen, ne. Da werdet ihr wahrscheinlich das erste Cup-Highlights-Video sehen. Gold Ranked Cup. Null Bauen. Sehr, sehr nice. Platin Ranked Cup. Null Bauen. Silver Ranked Cup. Es sind einfach zu den Ranks, die ihr erreicht habt, sind da Cups. Kann man da irgendwas gewinnen? Okay, man kann, glaube ich, 75 Punkte, ein seltenes Himmelsklinge... Ein Hängegleiter? Für 75 Punkte? So, dann haben wir... Aber man bekommt auf jeden Fall einen Hängegleiter für 75 Punkte. Und die gehen einfach die ganze Zeit. Team Cups! Ja! Oh mein Gott, Schatz! Team Cups sind wieder back. Es ist geisteskrank. Solo, 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 Solo. Solo, Solo, Solo. Team Du, 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 Du. Team Du, Team Du, Team Du. Ja, okay, reicht. Es ist geisteskrank. Und die No-Build Victory Cups. Es ist eine ultrageile Season. Wir gucken uns hier einmal ganz kurz noch alle Sachen an. Fortnite OG. OG Pass holen. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch ein Video machen werde. Oh! Rank-Belonungen. Schalte das Rücken-Accessoire Rank-Tags frei. Geil! Das ist geil. Fortnite OG-Fahrzeuge in Woche 1. Geisteskrank. Wir gehen gleich mit ein paar Freunden in eine Runde. Aber bis dahin war es das erstmal. Und äh... Oh, 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 oh! Ja, wir sehen uns gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind einfach gespawnt. Wo waren wir los, Jungs? Ähm... Äh, die ganze Map ist einfach noch. Die ganze Map ist einfach... Pleasant Park. Pleasant Park, Jungs. Pleasant Park. Okay, let's go. Let's go to Pleasant. Oh mein Gott, diese Map ist so cool. Ja, ja, ich fühle das richtig, weil ich, ich, also ich hab da nur so Videos davon gesehen. Die ganze Map ist einfach neu, äh, neu, alt, Binnenstrich, vier. Oh mein Gott. Pleasant Park. Pleasant Park, ne? Ich hab ne neue Weapon. Oh! Ne Tag. Ich hab irgendjemanden geknäht. Was noch jemand? Jungs ne Tag und ne normale Park. Jungs ne ganze Team ohne, ohne Wasten bei mir. Ja, ich hab die Arme gefühlt. Jungs, die alte Form. Oh, die waren so dumm, die haben sich da so hingestellt, wie geil. Oh, wie geil, die alte Pump. Endlich. Und Tag. Oh mein Gott, es macht, es macht, es macht, es macht, es macht wieder Spaß, Jungs. Fortnite macht wieder Spaß. Die alte AR. Ja. Mach deinen Job. Es muss getan werden. Ich glaube keiner, ey. Die alte AR. Wirklich geil. Hey, warte mal. Golfkar, Golfkar. Schüsse, Schüsse. Golfkar. Jakob. Komm rein. Jungs. Ja. Ey, lass doch noch ruten. Hör, die sind gut. Die Krawatte verfehlt. Nice. Fünf Kills, Jungs. Dead. Let's go. Oh, die zerstören die Komplex. Es gibt wieder einen Faschenbunker. Und es kracht. Ja. Radio. Juhu. Hey, alte Tankstellen. Da reinfahren, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Hey, Rift. Rift, Jungs, ein Rift. Es gibt wieder Rifts. Geil. Aber wo? Ich hab'n Rift. Ich hab'n Rift. Taschen-Rift, Taschen-Rift. Oh mein Gott. Ey, ich seh' jemanden. Das ist ein Gegner. Wo? Da im Wasser. Ich treff' gar nichts. Ne, man kann nicht schwimmen. Dead. Boah. Mann, nein, man kann nicht mehr schwimmen. Aufgenommen. Ey, da kommt ein Sweater, da kommt ein Sweater. Wo? 6,30. Bitte? Du bist wie du wie du. Ja, wie sie machen, ey. Ey, LVG kann man gar nicht zielen. Warte. Cracked. Dead. Nice, Jungs, nice. Sag mal, was ist das? Man kann gar nicht... Ach, ach... Ach, grappling. Warte, ist das ein... Ist das ein Granatenwerfer? Granatenwerfer, Jungs? Hey, es gibt wieder Automaten. Ey, es gibt Automaten, wo man sich Grammar kaufen kann. Geil. Geil, geil, geil. Ich hab' den Gold gekauft. Ja. Ich treff' nichts. Ich treff' nichts. Ich treff' nichts. 21, 42. Lama. Oh Gott. Ach, stimmt. Man kann einen Protoss ja gar nicht mehr aufschießen. Geil. Lama hier. Ah. 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 Ja, ich bin nicht so... Ich bin so'n Hänger. Ich weiß sowas alles. Warte, wir müssen... Jungs, ich bin schnell rein hier! Mann! Ich bin da mal... Ich bin nur dabei, uns hier... euch so in der Herd zu rennen. Dead? Dead? Ich bin auf seiner Rutsche. Das ist komplett gefährlich hier. Ich bin hier sehr, sehr gefährlich. Ich hab' Sniper aber. Warte, ich hör' noch Gegner. Ja, ich hab' da grad' auch schon Schuss gehört. Ich bin hier oben, Alter. Ich bin hier oben mit der Sniper. On me? Okay, können wir machen? Ich hab' ich hab' vorhin... Dead? 200? Ja, ich hab' das warm-up. Man, er ist geriftet. Ich riftet auf den? Ja. Maybe sterb' ich oder so? Ja, ich komm' von da. Ich komm' von da. Ey, du kommst von hinten, du kommst du... Du kommst von hinten. Ich muss kurz thraten. Boah... Crazy, Alter. Ich komm' gar nicht klar. Okay, die sind gut. Er ist über dir. Die sind gut. Ich bin über ihm. Ich bin über ihm. Ah! 39! Crack, dead! Can't delay. What the hell is happening? Is he dead? Aber es ist vor und so noch, glaub' ich welche. Da schießen noch welche. Warte! Er versucht zu... Warte! Er versucht zu... Warte! Er sniped! Ah, daaa! Warte, da! 31! Cracked! White! Meine Waffen sind so scheiße! Dead! Oh mein Gott! Da bin ich los. Paradise Part, ne? Paradies. Ah, wir müssen back... Wir müssen back in-zone, ne? Warte, ich will natürlich... Ich will natürlich... Ah! Äh! Und dead! Nein, doch nicht! 200! Wow! Wow! Hast du, hast du... Hier kommt ein Farbiger! Hä? Hä? Oh! 110! Dead! Sorry Bro, sorry! Was soll das? Ey, das ist ein Baum! Ey, was für Baum? Ey, das ist ein Baum! Ey, das ist ein Baum! Geh mal! Oh mein Gott! Das hat so gelenkt gerade! Das ist krass! Da sind noch... Da ist ein ganzes Team hinten! 200! 100! Chill! Mal gucken! Sei mal ganz kurz ruhig! Ich glaube, ich habe jetzt auch... Warte! Wir müssen da drauf! Wir müssen da drauf! Wir müssen da drauf! Wir müssen da drauf, Jungs! Wir haben auch RPGs! Die sind nicht bad! Die sind nicht bad! Ja, das sind keine NPCs! Das sind SPCs! Meine NPCs, das sind keine... Fingern! Er... Er... er rebooted! Can ... go! Boah, die Zone! 110! Er... ohh, 1 HP! Ich bin 1... Ich bin 2... Einer dead! Cranked! Dead! Habt ihr schon die ganzen Finish? 5 3 4 10 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ich zieh ich zieh bitte 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 komm mit mit dem komm let's go ja ja let's go ah sehr geil warte warte ich will jetzt den Sigis Hängegleiter mein Gott der ist geil das ist so eine Zeitmaschine sehr geil